Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video auf meinem Kanal. Ich habe mein erstes Video, das ist ein kleines Pyro-Unboxing-Video zu dem, was ich mir heuer zu Silvester zugelegt habe. Ich fahre mal an mit die Riesen-Kina-Balladee, kennt bestimmt jeder von euch. Wir haben eine NEM, sind circa 6 Gramm. Schauen wir mal, sieht man so eine Kamera? Nein, jetzt stellt die Kamera nicht auf. Nein, auf jeden Fall, es sind die ganz, sind die Großen. Jetzt reiß ich einfach mal an Oka. Dann also die da. So rum, nein. So, die da. Sollte ich jetzt eigentlich alles noch gar nicht aufreißen, aber egal. Ja, dann als nächstes sind die Mini-Knaller, 30 Stück. Von denen habe ich noch drei. Genau, von denen habe ich noch, von den Riesen-Kina-Balladee, habe ich auch noch mal eine Packung. Genau, das sind jetzt die Mini-Knaller. 30 Stück ist alles vom Veko-Feuerwerk. Genau, da haben wir halt nochmal, das ist jetzt die Verpackung. Dann haben wir, ah, da draußen knallt schon bei uns. Genau, da haben wir dann die Mini-Knaller, äh, die Glock-Baller, falsche Richtung, die Kina-Knaller. Wir haben eine NEM von, was steht drauf, circa 4,8 Gramm. Also nette Explosiv-Masse von circa 4,8 Gramm. Ähm, sind, sind, sind bloß so groß. Oder, so. Ja, das gibt's bei mir zu Silvester. Genau. Dann habe ich, äh, wie... Habt ihr es gehört? Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video gehört hat, vielleicht auch gehört hat. Da draußen knallt schon, da gehen wir noch mal schauen, was da los ist. Oh, da geht's schon bald zur Sache. Ja, jetzt machen wir erst einmal da fertig. Und zwar ist das, sind das die Superböller 2. Das ist eben wirklich alles komplett vom Veko. Ähm, haben wir eine NEM von, wir müssen ja schauen, äh, da, circa 8 Gramm. Also sind schon die größeren Kaliber, die Superböller 2. Gibt's auch fast überall zu Silvester. Genau. Oh, jetzt kommt was ganz was Interessantes. Als vorletztes Flashbang, äh, Bombenrohre von Veko. Äh, das andere auch schon, da zeige ich euch einmal, wie die ausschauen. Haben wir eine NEM von, äh, 8, Entschuldigung, 1,8 Gramm. Schauen so aus. Zügt man das so nicht. Genau, haben, genau, eine NEM von circa 1,8 Gramm. So schauen sie aus. Hoppala. So. Genau, die gibt's bei mir heuer als Silvester. Das sind halt, ist halt eine große Zehnerschachtel. Das ist halt die große Zehnerschachtel. Genau, eben mit lauten Glitzkmal und dann eine NEM von 1,8 Gramm. So, und jetzt auch schon das letzte. Das letzte ist das Kanonfutter von Veko. Das sind, äh, Kanonschläge. So sieht man es. So sieht man es. Das sind Kanonschläge. Die gibt's bei mir heuer zu Silvester. Die haben wir NEM von 2 Gramm. Also steht, steht, steht entweder hinter, entweder steht die NEM auf der Schachtelrückseite drauf. Oder ihr müsst's vorne schauen, da auf die Böller steht's auch drauf. Ja, also das war's dann schon mit meinem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, kostenlos abonnieren, favorisieren, liken, teilen, mit Freien durchschauen. Es wird vielleicht auch zu Silvester dann nochmal was geben, wie ich das auf der Straße verballe. Also auf jeden Fall habt's noch eine schöne Zeit. Bis Silvester. Servus.